Das ist Jill. Jill ist die Marketingleiterin einer Luxus-Kaufhauskette. Wie die meisten Marketingleiter möchte auch sie auf kreative Weise Kundenbindung und Kundentreue stärken. Ihre größte Herausforderung dabei, Technik nutzen, um mit den Kunden während des gesamten Kaufvorgangs im Dialog zu stehen. Ihre Filialen bieten eine mobile App an, allerdings wird sie kaum genutzt. Außerdem bietet Jill gratis eine WLAN-Verbindung in den Läden an, nutzt dabei aber nicht den Vorteil, das Einkaufserlebnis der Nutzer kundenspezifischer zu gestalten und zu verbessern. Sie fragt sich, wie können wir unsere mobile Marketingstrategie optimieren? Welche Auswirkungen hat unsere Strategie auf die Besucherzahlen und das Kundenverhalten in unseren Filialen? Und wie können wir neue Kunden gewinnen und die Treue bei unseren bestehenden Kunden stärken? Jill weiß, dass es hierzu einen kreativen und einfachen Weg geben muss, um mehr über ihre Kunden zu erfahren. Sie nutzt die ShopperTrack-Lösung für Kundenbindung. ShopperTrack gibt Jill die Kontrolle über das WLAN-Erlebnis im Laden und hilft ihr dabei, mit ihren Kunden zu interagieren und damit die Kundenbindung zu stärken. Währenddessen wird auch die App beworben. Zunächst muss sie aber herausfinden, wer ihre Kunden sind. Jill erstellt eine Login-Seite für den WLAN-Zugang. Damit erhält sie Kontaktdaten und demografische Informationen. Nach dem Login bittet sie die Nutzer, die App zu installieren und das Kundentreueprogramm zu abonnieren. Sie möchte die Besucher überraschen und belohnen, wenn sie den Willkommensknopf der App drücken, sobald sie das Geschäft betreten. Punkte gibt es sogar nur fürs Vorbeischauen im Laden. Die App zeigt sofort die neue Kleiderkollektion an. Um der Verkaufsförderung zu helfen, bietet sie Punkte fürs Scannen der neuen Kleidung an, womit sie sicherstellt, dass die Kunden die Produkte sehen und eventuell Artikel der neuen Kollektionen kaufen. Wenn ein Käufer den Laden wieder verlässt, schickt sie eine personalisierte E-Mail mit einem Gutschein, der zum Wiederkommen einlädt. Jetzt ist es an der Zeit, den Erfolg ihrer Kampagne zu prüfen. Ein Blick auf das Dashboard zeigt Jill, dass sich nicht nur die Downloads der App um 5% gesteigert haben, sondern die Käufer auch länger denn je im Laden verweilen und mehr Geld ausgeben. Dank ShopperTrack kann Jill die mobile Kundenbindung und die Kundentreue vertiefen und den Kundenverkehr, die Konversionsrate und das Transaktionsvolumen steigern. Finden Sie jetzt heraus, wie ShopperTrack auch Ihnen helfen kann.